Erstmals prangt das Monogramm von König Charles III. an einem der roten Briefkästen in Großbritannien. Schülerinnen einer Volksschule in Great Camborn bei Cambridge werfen zur Einweihung handgeschriebene Briefe an den Monarchen ein. Das Monogramm besteht aus den Buchstaben C für Charles, R für Rex sowie der römischen Ziffer 3 und einer Tudor-Krone. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022 britischer König. Die Briefkästen tragen jedoch weiterhin Elisabeths Monogramm. Seit dem Thronwechsel werden neue Briefkästen aufgestellt, jedoch werden vorbereitete Exemplare mit Elisabeths Monogramm E2R genutzt, um Verschwendung zu vermeiden. Die Royal Mail ändert zu Ehren des Königs ihr Logo. Der gelbe, doppellinige Schriftzug zeigt nun die runde Tudor-Krone des Königs statt der gewölbten St. Edwards-Krone. Auch auf tausenden Royal Mail-Fahrzeugen ersetzt das Monogramm des Königs das seiner Mutter. In Schottland bleibt die St. Andrews-Krone, die seit 1955 genutzt wird, erhalten.